Leute, wie ihr da seid, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, und heute machen wir was richtig, richtig geiles, denn Brawl Stars geht gerade unnummern ab, und da dachte ich mir, Digger, da lasse ich mich nicht lumpen, da mache ich jetzt auch mal eine Folge Brawl Stars, und zwar spiele ich heute meine erste Runde mit Pack Opening nach sieben Jahren, Bro, sieben Jahre spiele ich dieses Game, schaut es euch an, Brawl Stars, mit meinem Freund Braxys. Hi, ich bin auch dabei, was geht, was geht, Digger, okay, Freunde, wir starten direkt rein, Brax, bist du bereit, wir gehen Duo Showdown, ich bin bereit, ich bin bereit, oh, es geht direkt los, Junge, was geht denn ab hier, Junge, die Lobby sind ja übel schnell gefunden, okay, Bro, wir gehen auf Win, okay, nach sieben Jahren, wir müssen gucken, die müssen wir uns holen, die müssen wir uns holen, okay, Match beginnt, ich weiß gar nicht, was für einen Brawler ich hab, Digger, irgend so ein Teddybär, greift das an direkt, sehr schön, Komm, 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 wir gehen runter, wir gehen mal auf entspannt, guck mal, hier ist noch eine Kiste, zack, hast du sie? Ja, natürlich, Bro, ach, die Punkte kriegst du auch, hier oben ist eine, hier oben ist eine, Der ist in Gebüsch rein, pass auf, hier, hier, Schlägerei hier rechts, Oh mein Gott, was hat er für eine Attacke? Er hat sechs Punkte hier, Bruder, er hat sechs Punkte, hab ihn, Oh, wichtig, Bro, wir haben fünf Punkte, oh mein Gott, okay, wir haben fünf dieser Power-Ups, ich weiß nicht, wie das heißt, Ich hab noch einen gekillt, hier unten, ich hab noch einen gekillt, noch einen, ich werf ihm Teddy hin, Teddybär, Bruder, er lacht uns aus, okay, wichtig, wir haben zehn Punkte, hä, hä, wer ist das denn hier, wer ist das denn, Digga, okay, okay, kurz stehen bleiben, dann healen wir, boom, Digga, ich hab 10.000 Leben, Bruder, zwei Teams noch, Bro, guck mal, mein Teddy, mein Teddy macht alles weg, Oh mein Gott, die nächsten, Bro, easy, Junge, hä, als ob das so einfach ist, mein Teddy-Carry, Bruder, lauf einfach hinter meinem Teddy-Bruder, das ist der heftigste, das bin einfach ich, dieser High-One da hinten, Oha, er hat Pfeil und Bruder, tschüss, er ist überwild, weg, tot, oh mein Gott, nein, da ist noch einer, ich mach jetzt, boom, nice, hab ich gewonnen? Ja, ich hab ihn gekillt, hä, ob das jetzt einfach, ich hab sechs Leute gekillt, du hast nur einen gekillt, Brex, du bist der heftigste, Bruder, du bist der heftigste, Bruder, okay, Stufe 9, Digga, was passiert hier, ich weiß selber nicht mehr, oha, wir haben irgendwas bekommen, Bruder, ich hab Sternen, das ist doch diese Sternziehungen, wo man richtig krasse Sachen bekommt, okay, tipp, 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 episch, Epic, Bruder, Münzen hab ich bekommen, ich krieg nochmal Sternen, super selten, Power-Punkte bekommen, okay, ich weiß nicht, was Power-Punkte sind, könnt ihr mal reinschreiben, nein, laber nicht, hast du ein Skin oder so? Nein, ich hab Power-Punkte bekommen, okay, wir haben links unten noch irgendwas zum Holen, wir holen uns das jetzt einfach mal ab, okay, nochmal so ein Stern-Ding, super selten, wir öffnen, okay, Bling, das sind diese Coins zum Skin, kaufen, glaube ich, und wir werden jetzt ein kleines Pack-Opening machen, denn ich hab hier drei Sterne-Drops, Bro, ich mach dir jetzt auf, Brex, bist du bereit? Ich bin bereit, ich halte mich fest. Drei Sterne-Drop, selten. Immer noch selten, Digga, schade, okay, nochmal, selten. Junge, hau nicht auf dein Bildschirm drauf. Ich muss draufhauen, und nochmal. Selten, Junge, du ehrenloser Hund, Junge, okay, Münzen, okay, fünf Sterne-Drops, bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin angeschnallt. Ich hau drauf, ich hau auf mein Handy, Bruder, bist du bereit? Hol Hammer, hol Hammer, komm. Okay, chill doch mal, Digga. Okay, ich mach mit Faust. Super selten. Okay, ich hab einen Gon gegeben, das hat direkt funktioniert. Episch? Ich hab irgendeinen Emote bekommen, Bruder, okay, das sieht aber wild aus, Jesse. Episch? Man muss immer mit Faust machen. Meiste. Irgendeinen Spray bekommen? Und selten, leider nur. Digga, ehrenlos. Nochmal. Okay, ähm, wieder Powerpunkte. Ey, nein, ich wollte nichts kaufen. Hallo, hallo, Entschuldigung. Okay, bist du bereit für Hashtag 100 Star Drops? Bist du bereit? Okay, komm, ich bin bereit. Okay, Freunde, wir gehen rein. Ich glaub, das geht grad momentan übelst ab. Ich hoffe, ich bekomme was Geiles, Freunde. Wir gehen rein. Episch. Episch bekommen, Bruder. Digga, diese XP-Verdopplung. Mytisch. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mytisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mytisch, Freunde. Schaut sich an. Okay, bist du bereit, Bruder? Bin bereit. 500 Münzen. War's das? Digga, war das jetzt mythisch? War das jetzt heftig so? Ich weiß nicht, halt so. Weiß ich mal. Ich hab's jetzt oberhyped, aber irgendwie 500 Münzen sind, glaub ich, wenig, oder? Super selten. Ich mach hier grad alles auf, Bruder. Bist du bereit? Bereit. Junge, okay, Bling. Digga, muss... Mytisch, Mytisch! Was hast du bekommen? Spielereiken. Oha, das sieht aber wild aus. Okay, nächster Pack, nächster Pack, nächster Pack. Ah, leider nur selten. Schade. 50 Münzen, nochmal. Superselten, Bruder, superselten. Münzen 100. 100 zu 100. Selten bekommen, nur. Schade, Mann. Gib mir hier wieder... Mytisch! Mytisch! Spray. Nein, ich will doch einen Skin oder so, Digga. Ich will kein Spray. Nochmal. Wie viele hast du? Digga, ich weiß nicht. 100. Superselten, Bruder. Digga, wie viele habe ich? Ich dachte, da kommen jetzt nur ein paar, Digga. Also... Exo, Episch! Episch, Ruhe, Ruhe. Lola habe ich bekommen. Spray. Bruder, wie viel habe ich? Super selten. Bruder, wie viel habe ich? Wie viel habe ich? Episch, nochmal. 500 von diesen Marken. Okay. Selten wieder. 100 XP-Verdoppler. Wieder selten, leider nur. 50 Münzen. Gib doch wieder... Oh, super selten. Super selten. Okay, wieder diese Brawl-Punkte. Super Brawl-Power-Punkte. Selten, leider nur. Und... Münzen, okay. Digga, wie viel habe ich von denen? Super selten, Bracks? Bling-Münzen. Oh, Bling-Münzen sind wild. Aber wie viele hast du? Wo hast du die her? Ich weiß es nicht. Du bist in den Shop, ne? Na, ja, ich hatte die einfach gratis, Bruder. Habe ich jetzt 100 Stück zum Öffnen, Bruder? Das wäre jetzt heftig, Digga. Okay, 50 Münzen. Wir gehen rein. Selten. XP-Verdoppler. Digga, episch, episch. Bruder, ich habe neuer Brawler bekommen. Rosa Tank. Oh, die sieht nice aus, Digga. Es geht direkt weiter, let's go. Der erste Brawler ist drin, Freunde. Super selten. Ne, es war nur selten. Jetzt selten. Super selten. 100 Münzen. Digga, ich werde reich, glaube ich, Digga. Ich sage dir ehrlich. Durch dieses Pack-Opening werde ich reich. Bruder, muss ich hier jetzt 100 Packs aufmachen? 100 Packs hast du bekommen? Ne, sind das 100 Packs? Ich weiß nicht, weil da stand 100 Hashtag. Das wäre halt heftig, ne? Selten wieder. Brawlerpack. Digga, nur selten, Bro. Was ist da los? Hast du die Packs nicht bekommen? Super selten. Let's go. Brex hat die nicht bekommen. Ich werde alles zum Tritzen jetzt gleich. Freunde, wir werden gleich noch eine Runde machen. Bleibt bis zum Ende dran. Ich sage euch ehrlich. Und vielleicht, wenn ihr jetzt unten in die Kommentare schreibt, was euer Lieblingschamp bei Brawl Stars ist, das würde mich mal interessieren oder wer der Beste ist. Weil ich will versuchen, mal hier ein bisschen reinzupacken und Paco bekommen. Credits für Paco. Okay, komisch. Und vielleicht habe ich vor, eine Gilde aufzumachen oder einen Clan. Oder wir machen das zusammen. Uh, das ist eine gute Idee. Weil Braxys will auch noch eins aufnehmen, dann machen wir so einen Clan zusammen. Das wäre heftig, glaube ich, Digga. Super selten, 100 Münzen, Bruder. Mythisch. Mythisch. Brawler. Brawler. Neuer Skin. Roter Magier. Barley, Digga. Okay, okay, okay. Clash Stories. Okay, okay, okay. Episch nochmal. Hinterher. Wir haben ein Skin schon gezogen. Und neuer Brawler. Neuer Skin. Neuer Skin. Wie viele kannst du öffnen? Das ist cool, Digga. Ich weiß nicht, ob ihr. Neuer Skin. Rockstar. Legendär. Oh mein Gott. Was? Okay, Brax. Ich drück drauf. Ich drück drauf. Was ist das? El Primo Hyperladung. Gravitationssprung. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Digga, super selten. Digga, ich habe einfach einen Legendären gezogen, Bro. Kannst du dir das mal hier vorstellen? Das ist mega. Leute, lasst jetzt einen Like da. Dann zieht er noch einen. Ihr müsst jetzt einen Like da lassen. Safe. Mythisch, mythisch. Wir drücken drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Neuer Brawler. Neuer Brawler. Bonny. Digga, ich kriege ja übelst die coolen Sachen, Junge. Super selten. Gib ihm. Und wieder Credits für Paco. Let's go. Selten. Münzen. Ja. Zack, zack, zack. Selten wieder. Münzen. Super selten. Wir bekommen. Digga, mache ich hier jetzt 100 Packs auf? Ich wollte doch nur spielen. Episch. Ich glaube, weil mein Account so alt ist, kann das sein? Nochmal episch, nochmal episch. Okay, Spray bekommen. Selten. Zack. XP-Verdoppler. Episch wieder gezogen. Let's go. 200 Münzen. Das wild. Super selten. Digga, wir machen hier einen Pack. Das habe ich noch nie gesehen. Digga, wir machen auf einmal einen Pack-Opening, Bruder. Ich glaube, das sind wirklich 100, die ich hier aufmachen muss. Ich weiß nicht, bei wie vielen ich bin, Digga. Ich sage dir ehrlich. Hihi. Episch. 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 Alge. Alge. Episch. 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 gut. Okay, wir gehen rein mit der Faust des Lebens. Tausend Münzen, Bruder. Weiß nicht, ob das krass war. Ich hätte lieber einen Skim gewollt. Oh mein Gott, nochmal. Zwei Legendäre und ein paar Mythische haben wir schon bekommen. Die seltenen sind irgendwie so, okay, Powerpoints zu Upgrade. Jetzt mach ich Auge. Nein, du brauchst kein Auge. Ich hab nur noch selten. Das ist bodenlos. Super selten. Episch, episch, episch. Auge funktioniert nicht von Brax. Episch. Nita bekommen. Clap, äh, Emote. Okay, selten. Selten. Komm schon. Gib her, Junge. Super selten, Junge. 100 Münzen. Episch, Junge. Rico, okay. Davon noch, ne, Bali haben wir, Bailey haben den Skin bekommen. Super selten. Ich skipp die Dinger jetzt durch, Digga. Mir egal. Mir so scheißegal, Digga. Super selten. Episch. Episch. Und nochmal episch. Schade, Digga. Die upgraden sich immer. Und, oh, Skin für Nita bekommen. Panda Nita. Wie geil. Das Übelwelt. Okay, man bekommt auch bei super seltenen noch schon Skins. Das ist schon mal sehr nice, oder? Komm jetzt. Nur selten, Mann. Ehrenlos. Episch. Gib her. Epic, epic, epic. Diese Power. Auge. Auge. Nein. Auge. Mythisch. Er macht ein. Nein. Und ich krieg mythisch. Oh, Skin, Skin. Ja. Cold. Gesetzloser Cold, Digga. Sieht wild aus, nochmal mythisch bekommen, Bruder. Das gibt's nicht, Digga. Ich sag dir ehrlich. Wann endet? Es ist geendet. Ich hab fertig gemacht. Fertig? Es ist fertig, Bruder. Junge, krass. Oh mein Gott. Ich hab tägliches Geschenk. Junge, ich hab, glaub ich, 100 von dieser Scheiße geöffnet, ne? 100? Ja. Ich glaub, das waren wirklich 100 Dinger. Junge, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich bekommen hab. Ich hab hier diese Bonnie bekommen. Die sieht schon mal sehr wild aus. Skin dazu hab ich nicht bekommen, ne? Ne. Bonnie, okay, den Charakter. Dann haben wir rosa bekommen. Okay, die sieht auch stabil aus. Dann haben wir für Barley, ne, Barley, nen Skin bekommen tatsächlich. Warte mal. Ja, wir haben hier nen Skin. Oh mein Gott. Wir haben einen blauen Magier und roter Magier. Okay, 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 wild. Dann haben wir noch von El Primo. Haben wir doch... Das da oben. Schaut mal, Leute. Das haben wir bekommen. Hä, leuchtet der? Aktiviert die Hyperladung nach Erreich von Power Level 11. Superskill. Springt hoch in die Luft und landet auf einem... Oha. Wild. Gravitationssprung bekommen. Und Nita haben wir ein paar Skins bekommen. Wir müssen rein und jetzt den epischen und komm. Ich sag, wir müssen nochmal den epischen holen. Aber die... Cold haben wir noch. Warte. Cold habe ich noch. Skin Rockstar und Gesetzloser. Okay, den finde ich schon nice. Aber ich muss einen neuen spielen, Bruder. Du entscheidest, Bonnie oder rosa. Okay, Bonnie ist lila, Bruder. Ich muss Bonnie spielen. Lass mich entscheiden. Nein, nein, ich muss Bonnie spielen. Ich upgrade die jetzt komplett, weil ich habe ja übel viel Cash bekommen. Ich habe den jetzt erstmal auf 6. Ich will den... Okay, im Maxlevel sind 11. Ich will jetzt nicht mal eine ganze Kohle raushauen, weil das ist schon teuer. So. Okay. Und unsere ganzen Sticker. Guck mal hier. Slot 2. Ah. Wie geil. Bonnie Pins. Sprays. Oh, ich habe richtig viele Sprays, Bro. Oh mein Gott, ich habe richtig viele Sprays. Insane. Slot 1. Okay, das kostet. Das kostet Geld einfach. Ehrenlos. Okay, Brax, bist du bereit? Ich bin bereit. Warum ist meine Bonnie nicht eingestellt? Hier auswählen. Guck mal, Junge. Ich bin einfach so eine Rakete, Junge. Bist du bereit? Wir gehen nochmal rein. Ich bin bereit. Duo Showdown, Digga. Mach ready, Digga. Wir werden wieder alles zerfetzen, Brax. Bist du ready, Digga? Ich bin ready. Okay, wir gehen rein, Freunde. Digga, Brawl Stars ist echt unnormal geil, Freunde. Ich liebe es ja, auf Handys zu zocken. Ich sage Okay. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich nehme die rechten. Die rechten. Yo. Ich habe nur einen Schuss immer, aber der macht übel viel Damage. Einer pusht mich. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Hilf mir, das schnell kaputt zu machen. Wichtig? Okay. Ich habe einen Power Schuss, aber nur einen irgendwie mit Bonnie. Hier drüben ist ganz viel Geld. Hier drüben ist ganz viel Geld. Wow. Er hat sieben Stück, Bro. Verschwinde. Oh, 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 oh. Lauf, lauf, lauf. Geh hier rüber. Hier ist eine Crate. Hier ist eine Crate. Hier ist eine Box. Die können wir holen. Digga, ich mach gut Damage. Bro, mein Damage ist so richtig, Digga, übelkrank. Aber dafür habe ich nur einen Schuss. Die sind hier drin, die sind hier drin. Ja, ich habe ihn gehittet. Wichtig. Da ist einer mit acht, Bruder. Geh weg. Wir haben ihn gleich. Nice. Er hat acht. Oh mein Gott. Lauf, fahr, fahr. Du hast deinen Bär. Wir brauchen deinen Bär. Was für Bär? Ich habe doch einen anderen Charakter. Du hast einen anderen Charakter. Attacke. Nein, nein, nein. Vorsicht, Bruder. Er ist echt stark, Bro. Er hat neun von diesen Punkten. Die Zone, komm. Ich habe nicht getroffen. Habi. Oh mein Gott, Junge, du bist eine Maschine. Ey, ich bin aus meinem Dings rausgestiegen. Ah, das ist meine ultimative Fähigkeit. Ich habe auch ne Ulti jetzt. Ich habe ne Ult. Okay, okay, okay. Ich kann wieder gleich einsteigen in mein Auto. Ich weiß nicht, ob das aber so viel Sinn macht, wenn ich ehrlich bin. Warum schieße ich aber nach hinten? Verstehe ich nicht. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Ich bin wieder in meinem Karren. Hier ist er. Er hat nicht mal einen Punkt, der ist tot. Hier. Oh mein Gott. Wir haben gewonnen. Gewonnen. Easy. Bro, Digga, wir sind die heftigsten. Bro, ihr könnt sagen, was ihr wollt, Digga. Wirklich. Hat Spaß gemacht. Wirklich. Es war krank. Zwei Kills haben wir gemacht. Höchster Schaden. Ich habe 17.000 Damage gemacht. Oder was? Okay, das ist heftig. Digga-Serie 2. Und, oh, warte mal. Ich habe diese ganzen XP-Verdoppler-Dinger nicht geholt. Oder? Doch, habe ich. Hä, aber die habe ich nicht bekommen. Wo sind die bei mir hier? Guck mal, die wären eigentlich hier unten, Leute. Aber irgendwie hat sich das nicht gefüllt. Naja. Oh, warte, wir haben hier oben was. Okay, Credits. Los geht's. Für Paco. Paco haben wir voll. Äh, ich habe Paco bekommen. Wie kriegst du die? Keine Ahnung. Beginne mit der Freistellung eines Brawlers der seltenen Upgrades. Ich habe, ähm, wird freigeschenkt. Okay, jetzt kommt Brook. Hä? Ich krieg Brook geschenkt. Beginne mit der Freistellung eines Brawlers mit einem Schwierigskraft von Super. Super selten. Okay. Achso, jetzt habe ich alle, die selten sind. Ja, nice, Digga. Feier ich. Okay, Freunde. Das war's erstmal mit dem Video. Kurz geht raus. Falls ihr mehr von Brawl Stars sehen wollt, äh, dann lasst mal ein Like da. Vielleicht machen wir mal so eine Challenge oder Box Opening mit Braxis oder André. Und, äh, ja. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Macht's gut. Check Braxis aus. Peace. des 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 Vielen Dank.